Gesamt dritter der 24. ADAC Grabfeld Rallye 2014 auf Mitsubishi Lenzer Evo 9, Reinhard Hunke und dem Rauber rauf auf die Bühne! Und Reinhard, ein Gesamtsieg 2008. Irgendwann klappt es wieder und dann zählst du auch zum erlauchten Kreis derer, die hier zweimal ganz oben standen. Aber heute erstmal Gesamtrang 3. Reinhard Hunke und Tim Rauber. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch und einen riesen Applaus an die zwei! Und jetzt wenn der Pokal über den guten Evo rollt und den von der Rallye unbeschädigten Lack des schön weißen Fahrzeugs leicht ramponiert, aber an diesem Tag ist das egal. Hier sind sie, Gesamtrang 3, Reinhard Hunke, Tim Rauber. Herzlichen Glückwunsch! Und Platz 2, auch wenn er, glaube ich, nicht auf die Bühne fahren wird, aus Gründen, die vielleicht jedem auch bekannt sein dürften, inzwischen. Platz 2 und trotzdem, trotzdem ein Riesenapplaus. Jörg Dörre, Hans-Jürgen Herzog! Ich hoffe, die zwei waren noch da. Das war euer wohlverdienter Applaus zum saustarken zweiten Gesamtrang. Und jeder, der draußen war, der weiß, es war heute feucht. Es war alles andere als Hektrieblerwetter. Aber die zwei haben die berühmten Eier zusammengekniffen und volles Rohr durchgezogen und haben sich den zweiten Gesamtrang heute und hier gesichert. Herzlichen Glückwunsch! Die zwei waren vor allen Dingen auf der neuen Prüfung unschlagbar schnell. Ein perfekter Aufschrieb hat zum Sieg geführt. Auf einem Mitsubishi Lenzer Evo 9, genannt vom ADAC Sachsen e.V. Yellow Race, aufgebaut, gewartet und gepflegt das Fahrzeug. Aus Limbach, Obervornau und Radebeul, das liegt bei Dresden, da kommt das gute Bier her. Gesamtsieger, Ron Schumann und Nanne Zentner! Jawohl, auf geht's! Das sind sie, die Gesamtsieger. Ron Schumann und Nanne Zentner. Und Ron, herzlichen Glückwunsch! Und die Nanne hat auch einen Rekord gebrochen. Denn sie ist die allererste Fahrer und Beifahrerin, die dreimal in Folge Gesamtsieger der ADAC Grabfield Rally war. Und jetzt ein Riesenapplaus an die zwei. Die Gesamtsieger der 24. ADAC Grabfield Rally, Ron Schumann und Nanne Zentner. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt Champagner für alle. Wer was abkriegen will, ganz vorne sind die Gesamtsieger. Ron Schumann und Nanne Zentner. Herzlichen Glückwunsch! So, da sind sie nochmal. Die Gesamtsieger, Ron Schumann und Nanne Zentner. Herzlichen Glückwunsch! Noch einmal Applaus für unsere Gesamtsieger. In genau 364 Tagen unser silbernes Jubiläum, die 25. ADAC Grabfield Rallye, hier rund um Sulzhof an der Lede her getoben wird. Und ihr seid alle ganz, ganz herzlich willkommen. Und wir versprechen euch schon jetzt, wir werden ein Jubiläum feiern, zusammen mit euch, wie es sich im Grabfeld gehört. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten. Kommt alle gut nach Hause, bleibt gesund und wir sehen uns alle im Jahre 2018 am 30.06. wieder zu unserer 25. ADAC Grabfield Rallye. Macht's gut! Servus! Ade! Eure Grabfelder!